Nach den letzten Rennen und Qualifyings heißt es mal wieder fehlerfrei über die Runden zu kommen und das hier im Olympiapark. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2014. Wir befinden uns im Qualifying und das Spiel hat mir gerade gesagt vorgerechnet Mercedes Grand Prix könnte an diesem Rennenwochenende schon den Konstrukteurstitel klar machen. Soweit dazu. Wir müssen uns eigentlich sputen, aber ich zeige euch erst einmal das Wetter. Da seht ihr es, Rennen, 85% Regen und deswegen meine Entscheidung für das Setup auf Regen zu gehen. Nur damit ihr das einfach mal versteht und wir sollten uns eigentlich sputen, denn wir haben wie gesagt nur 15 Minuten Zeit. Dann steht die Startaufstellung mal wieder und dann heißt es also raus hier. Wir fahren auch raus. Ja, wieder ein klein wenig Hektik könnte man sagen, aber wir haben ja eben nur Begrenzzeit. Von daher, ja mal schauen, ob Mercedes an diesem Rennwochenende wirklich Weltmeister werden kann als Team. Aber wir konzentrieren uns sowieso auf unsere eigene Weltmeisterschaft im Kampf gegen Alonso und gegen Williams bei den Konstrukteuren. Dann müssen wir einfach mal schauen, wie wir da so zurechtkommen. Ja, wieder hier in Russland, in Sochi unterwegs. Das hat ja beim ersten Mal ziemlich gut geklappt. Die Strecke an sich oder das Rennen war ziemlich öde in echt, aber zum Fahren macht das Ganze ja schon Spaß. Da bin ich mal gespannt, wie ich jetzt mit dem nassen Setup hier bei trockenen Bedingungen zurechtkomme. Wir haben also die Option, die Soften und dann Medium, die Primes als Reifen nochmal. Kleine Reifenkunde am Rande. Ich gucke gerade mal auf die Karte. Nach vorne haben wir genug Platz, deswegen möchte ich die hier nicht vorbeilassen. Da werde ich einfach mal zusehen, dass ich hier meine Position halte. Und unser Ziel ist 11 da, oder eben besser. Ja, das Rennen in Suzuka war ja mal wieder ganz besonders und ich habe mir auch kleine Fahrfehler geleistet. Das habe ich ja am Ende nochmal erzählt. Es wird mal wieder Zeit für ein sauberes Rennwochenende oder zumindest ein sauberes Rennen. Okay. Eigentlich wollte ich mal zusehen, dass ich hier eine Runde auf Fett fahre. Hm, weiß ich gerade gar nicht, ob ich das irgendwie mal machen sollte. Ich werde erstmal so eine Runde fahren und wenn ich sehe, ja, die klappt nicht, dann fahre ich nochmal mit diesem Reifensatz eine Runde auf Fett. Und dann müssen wir sowieso noch ein zweites Mal raus. Ich werde auf jeden Fall auf der Geraden auf Fett schalten. Nämlich jetzt. Button und Alonso, die stehen beide noch in der Box. Da kommt jemand raus, aber der wird hinter uns sein. So, die erste Kurve ist hier besonders wichtig, denn wenn wir da zu sehr abkürzen, dann streicht uns das Spiel auch die Rundenzeit. Die zweite kleine Ecke ist nicht ganz so wichtig, wie wir erfahren haben. Vom Gas gegangen, hat das Spiel nicht erst abkürzend gewertet, aber gut war es nicht. Fährt sich auf jeden Fall ganz schön rund hier, also gut. Das Auto mit viel Abtrieb liegt hier auch gerade ganz gut bei den trockenen Bedingungen. Zwar etwas wild hier durch die Kurven, aber ich möchte auch zuhören, dass ich hier mal wieder etwas weiter vorne lande. Reifen kühlen wieder ab. Da werden wir schon gleich überholt. Da sind wir also zu langsam für einen Force India. Ah, Kurve verpasst. Mist. Ja, nur knapp vor Maldonado. Da muss auf jeden Fall noch deutlich mehr her. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal auf Fett die ganze Runde. Steht ja schon, ja. Ich probiere es einfach mal. Jetzt hat er vor dem Force India noch Windschatten. Jetzt lässt er aber abreißen. Fährt sich gerade mal gar nicht so schlecht. Los, weiter Gas geben. Wir haben hier keine Zeit zu verlieren, auch wenn wir in der Auslaufzone waren. Rückstand, okay. Hier wird das Auto richtig unruhig, auch fett. Die Kurve lief hier gerade eben schon nicht ganz gut. Die ist auch etwas hulprig und minimal verbessert. Aber das hat sich gerade gar nicht mal so schlecht angefühlt. Deswegen werde ich auch in der nächsten Runde auf Fett fahren. Und jetzt fahren wir erstmal wieder rein. Mit der Zeit werden wir sowieso nicht in der Top Ten landen. So, dann fahr mal vorbei, Force India. Du bist ja schon in der dritten Runde unterwegs, deswegen wird der sehr wahrscheinlich auch nicht weiterfahren wollen. Und dann auch eher gerade auf dem Weg in die Box sein. Ja, man hat schon gemerkt in der Runde gerade eben, da hat es wieder an so ein paar Stellen etwas gehakt. Also der erste Sektor war ja fast schon in Ordnung. Beim zweiten hat man gesehen, vor allen Dingen in der übernächsten Kurve. Da hat es mich etwas weiter rausgetragen, deswegen konnte ich den Schwung auf die lange Gerade nicht so wirklich mitnehmen. Nehme ich genau hier. Da habe ich auf jeden Fall noch was gut zu machen. Und dann eben die zweite Kurve nach dieser langen Geraden. Hier, die war auch ziemlich brenzlig, aber das liegt, glaube ich, allgemein an der Streckencharakteristik. Das sehen wir gleich nochmal. Nehme ich hier. Ja, das hat soweit ganz gut geklappt, aber hier raus zu beschleunigen und dann umzusetzen in die nächste Kurve. Da kam auch der Force India richtig nah. Und dann ja, die letzten Kurven hier habe ich auch noch ziemlich holprig gefahren. Da ist auf jeden Fall noch Luft drin und eben die Zeit, die wir hier brauchen. Wir sehen erstmal dazu, dass wir wieder an die Box fahren. Ich glaube, nein, der fährt weiter hinter uns. Nun gut, wir wissen auf jeden Fall, wo in etwa noch Zeit zu holen ist und da können wir ja auf jeden Fall ansetzen. Bin ich mal gespannt, ob mir das gelingt. Also ich werde jetzt mal zusehen, ja, auf die Zeit schauen, vielleicht mal hochrechnen und dann eben gegebenenfalls rausfahren, wann es denn eben so passen würde. Ich bin mal auch auf das Rennen gespannt. Also der Wagen ist mir doch auf der Hinterachse ziemlich unruhig bei trockenen Bedingungen. Wie soll denn das denn erst werden, wenn es nass ist? Wir haben noch sechs Minuten zu fahren. Wir fahren 1,40 plus nochmal 40 Sekunden. Macht 2,20, 3,20. Sagen wir mal bei 3,40, wenn wir... Ja, wir werden gleich wieder rausfahren. Button fährt gerade. Hm. Wie sieht es denn zeitmäßig aus? Button fährt 1,4 Sekunden schneller. Also ich glaube, wir könnten knapp rankommen an Button, wenn es denn wirklich passen sollte. Mit meiner Rundenzeit und den eben angedachten Stellen, wo ich auf jeden Fall noch Zeit gut machen kann. 11% abgenudelt in den 2, 3 Runden. Ja, 2 schnelle Runden und insgesamt eigentlich 4. Hm. Wir fahren ja sowieso. Stimmt, ist eigentlich egal mit... Ah, ist die Frage. Wenn es 85% sind, wird es am Anfang schon regnen, aber es wäre ja sowieso nicht so schlimm, denn... Wie viele Runden fahren wir hier? Ich sag mal... Rund 30, dann davon 10% werden 3 Runden. Und dann sollte es schon so Runde 5, 6 beginnen mit dem Regen. Dann könnten wir eigentlich auch 3 fahren, aber... Boah, bin ich mir gar nicht so sicher. Ich werde jetzt mal Benzin mitnehmen für 6 Runden, sicherheitshalber. Wenn wir hier auf Fett fahren, Mager, 6, genau das passt, dann fahren wir einfach mal raus. Wir fahren einfach mal raus und schauen, was wir hier noch gut machen können. Ja, mit dem Wetter wird es nochmal interessant. Eben jetzt schon im Qualifying fahre ich jetzt sogar 3 gezeitete Runden, weil nach 15% soll es dann anfangen zu regnen in etwa. Hm. Fragen über Fragen über Fragen, die mir so ein klein wenig Kopfzerbrechen bereiten. Da ist gerade jemand... Ist der in der Box? Kommt der mit uns aus der Box oder ist der auf einer schnellen Runde? Da habe ich jetzt gar nicht so richtig geschnallt. Ich lasse ihn einfach mal vorbei. Sicherheitshalber, dann passt das schon. Für 3 Runden auf Fett hätte ich, glaube ich, auch gar nicht das Benzin mit. Ich fahre mal weiter auf Fett, weil das hat sich gar nicht so schlecht angefühlt. Früher war das kein Problem bei F1 2013, aber hier komme ich damit noch nicht so wirklich klar. Das ist so mein kleines Manko noch. Nach vorne etwas Abstand lassen, nach hinten nicht zu viel, also nicht zu viel trödeln. Platz würzen ist mir auf jeden Fall zu wenig. Das ist ja dann wie in Suzuka. In Singapur, ja, da hatten wir einen Crash gebaut. In Monza waren wir ziemlich weit vorne genauso. Ja, in Spa. Das waren auch andere Welten, so die beiden Strecken, die eben auch wirklich liegen. Suzuka, ja, war es dann irgendwie wieder überraschend schwierig mit der KI. Ja, Schwankungen. Ich werde mich erstmal hier auf das Qualifying konzentrieren, denn das ist jetzt erst einmal das Wichtigste. So, Reifen auch gleichzeitig mit auf Temperatur bringen. Ja, so könnte es klappen. Durch diese Kurve hier, durch diese auch. So würde ich das gerne sehen. Jetzt auf der schnellen Runde. Ja, zeitlich passt das nur noch für zwei schnelle Runden. So, hier nicht zu stark abkürzen, ansonsten war es das schon wieder. Bin ich gerade mal kurz gegen das Mikrofon gekommen. Weiß nicht, ob man das gehört hat. Schneller, aber nicht viel. Na, die Kurve war nicht so besonders gut. Die vielleicht schon etwas besser. Wieder raustragen lassen, Mann. Das kostet auf jeden Fall richtig viel Zeit. Ich glaube, wir sind sogar langsamer als eine Runde davor. Ne, schneller, okay. Oh, Autor. Versetzt wieder auf Fett. Ich glaube, jetzt habe ich gerade wirklich richtig viel Zeit verloren. Diesmal wirklich. Ja, 5000 ist langsamer. Alonso ist fünfter. Jetzt darauf kommt es an. Letzte Runde im Qualifying. Einfach mal ruhig sein. Etwas mit den Gängeln hier gespielt. Na, zu weit raus. Ganz schön drüber gerumpelt. Ja, die Kurve macht am Ausgang etwas zu. Deswegen habe ich hier gerade mal etwas Geschwindigkeit rausgenommen. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit natürlich. Aber ist nicht viel. Das reicht nicht für einen großen Sprung. Na, Unterstollen habe ich jetzt verspürt. Es ist ungünstig. Das wird nichts Großes. Also Platz 14, so in etwa. Gehen wir ins Rennen. Es ist Platz 12 geworden. Ja, das stimmt. Das stimmt. 1,1 Sekunden langsamer. Also es war etwas schwierig. Ich habe gerade eben, ich glaube zum ersten Mal in der Karriere, wirklich eine gesamte Runde im Qualifying oder überhaupt im ganzen Spiel auf Fett gefahren. Das klappte eigentlich soweit ganz gut, aber ich glaube, ich brauche nur noch etwas Übung. Etwas spät, muss ich wirklich sagen, das jetzt herauszufinden, wie das geht. Aber naja, besser spät als eben nie. Und die Pole hat Lewis Hamilton vor Nico Rosberg. Dann kommt Sebastian Vettel, den Ricciardo, Alonso Hülkenberg. Alonso also auf 5. Button kommt dann auf 7. Massa Bottas und Reykönen. Die beiden Finnen, ihr kennt das ganze Spiel ja schon, die gehören einfach zusammen. Perez, dann kommen eben wir. Aber Platz 12 ist auf jeden Fall besser als in Suzuka. Unsere Ausgangsposition für das Rennen. Quert, Verne, Soutier, Grandjean. Keine Überraschung, da hinten nehme ich an. Genau. Man kann schon enttäuscht sein. Wie gesagt, man kann. Platz 12 also. Und ich glaube, so langsam bekomme ich das heraus, ein paar Runden auf Fett zu fahren. Also, besser spät als nie. Das ist wirklich das Stichwort. Es kommt auch immer auf die Strecke drauf an oder auf die jeweiligen Kurven. Langgezogene, schnelle Kurven sind dann eher schwieriger auf Fett zu fahren. Und dann eben hier passt es schon eher. Aber mal schauen, ich werde mich mal weiter darin üben. Also, eine kleine Aufgabe, wenn es auch sehr spät in diesem Let's Play oder allgemein mit diesem Spiel ist. Und morgen, ho, mit dem Regen. Das kann ungemütlich werden. Aber wir schauen einfach mal, wie das Ganze wird. Also, bis dahin. Macht's gut. Und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.